Ja, so sieht das hier aus. Wir tauchen Wasser von unser roter Villa. Nee, Beach Villa. Wie heißt das Ding? Wasserbumpen, hallo. Musik 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 Ja ihr Lieben, heute spielt sich das Geschehen hauptsächlich unter Wasser ab. Also viel Spaß bei dem Keklucker und mit den Viechern. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt geht es mit dem Tauchboot raus zu einem Manta-Spot und wir hoffen, dass wir dort Glück haben, auch viele Mantas zu sehen. Untertitelung. BR 2018 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 Ihr habt gesehen, dass mit den vielen Mantas hat funktioniert. So 14, 15 waren es. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und gleich beim nächsten Schnorchelgang kam mir dann diese allein reisende Moräne vor die Kamera. Untertitelung. BR 2018 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 Wir hoffen, dass kurze Video über die gute Wasserwelt der Malediven hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Folgt gern unserem Kanal, das kostet ja nichts. Und beim nächsten Video geht's wieder auf die Rückreise mit dem Wasserflugzeug. Bis denne. Untertitelung. BR 2018